Hey Leute, ich bin's SDK von Schalk den Kumpel und wir sind wir wieder mit Let's Play, das schönste Spiel der Welt, Anisha. Machine for Picks. Ja, wir suchen eigentlich nur eine Kerze, soweit ich weiß. Ja, sicher eine Kerze. Ja, wo könnte diese Kerze sein? I have no idea. Dazu büßen sie es. Nö, hab ich gesagt nicht. Das ist ja das Problem. Ah, ich kann sie nochmal sagen. Der dazu kommt, der finden sie auch da. Hallo. So, na, schau. Irgendwie leckte Spieler ein bisschen. Äh, hier ist auch gar nicht zu sehen wie... Lo, bei mir hat sich jetzt die Überschraubung aufgehangen. Ehrlich? Immer noch? Ja. Oh, nee. Mein Internet ist scheiße, ich werd mich echt mal, ich werd mich echt mal beschweren, weil meine Eltern, dass sie das endlich mal erneuern sollen. Ich mach dich dann scheiß direkt drauf. Boah, wenn ich nicht wüsste, was man hier suchen muss. Das ist zugesperrt. Das kann man nicht aufmachen, toll. Hey, da sind hier kleine Frame Drops gerade. Hey, da ist sie, ich hab sie. Oh, gut. Hängt es immer noch hin? Hä, was? Hängt es immer noch? Ja. Oh, shit. Na, behörst du sieh, was passieren. Und let's get das heilige Schwein. So. Und jetzt... ...twisten. Was passiert jetzt? Passt nicht noch gar nichts. Muss man noch irgendwas machen? Vielleicht. Ich wüsste nicht, was man machen muss. Ich glaube, ich weiß, woran das wieder liegt. Oh, komm, jetzt dachte ich, jetzt hab ich's und dann geht's nicht. Äh, wirklich? Hä? Aha. Ah, dann muss ich die Kerzen anzünden, guck. Da, siehst du das? Aha, ja. Okay. Ich hab irgendwie das unruhige Gefühl, dass ich glaube, wie Schlimmes passiert. Und jetzt? Hehe, xD. Jetzt ganz ehrlich. Dann muss ich die Kerzen nochmal aktivieren. Nee. Ich meinst du nicht die Kerzen und die anderen Kerzen? Nee, ich kann die nicht mehr berühren. Ich kann die gar nicht mehr berühren, von dem herz. Was ist mit dem Symbol da unten, unter dem Kerzen? Nee, da ist auch nichts zu machen. Dreh, geh mal runter, bück dich mal. Du kannst nicht ab. Hey, bück dich. Hallo. So. Nee, da ist nichts. Sorry, wenn ihr meine Tastatur hört, aber ich muss leider die alte benutzen. Ach, da haben wir noch welche, die hab ich übersehen. Siehste, ich hab da ein paar übersehen, vielleicht ist das der Grund. Ach, ey. Hey, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht. Ha? Okay. Irgendwas gar nichts passiert. Hehehe, schittert. Ich seh, scheiß. Ich seh immer noch da, wurde da mit LRT in den Eingang müsst. Ja, wir werden das fixen finden, da, wenn wir mit diesem Teil fertig sind. Und es bewegt sich kein Stück. Schön. Komm, was geht da los? So geht das nicht. Die kann ich nicht mehr bewegen, die hab ich auch erledigt. Was gibt's auch zu machen? Vielleicht die hier anzunehmen? Keine Ahnung. Nee, irgendwie nicht. Es muss irgendwas mit dem Altar zu tun haben. Keine Ahnung, eine Beschwörung oder sowas, weiß ich. Vielleicht hat er ja irgendwas in sein Ding geschrieben. Nee, das ist es nicht. Da wird auch nichts gesagt. Boah, ich weiß es nicht. Vielleicht kann man jetzt diesen Ding hier. Ja? Oh shit. Was hab ich jetzt getan? Ich hab was näher nicht. Warte, fuu. Okay. Überhaupt nicht. Ja, ein Eingang nach unten. Überhaupt nicht creepy, da, geh mal rein. Ich hab irgendwas gehört. Ich hab irgendwas gehört. Finn, are you still there? Hey, ja. Wir müssen dich ja auch hören, auch wenn du nichts siehst. Ich bin gerade hier neben so einem Keller. Der gefällt mir überhaupt nicht. Und da sind auch wieder diese tollen Käfige, super. Ja, was ist das? Na ja. Ich hab gehört, wenn das Licht zu flackern anfängt, dann ist das Ding sehr nah und dann sollte man immer weggehen. Ja. Möchte ich nicht unbedingt Sachen riskieren. Umsatz, lass mich doch auch werden. Oh 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 oh. Lass mich aus! Weißt du das? Welch was? Da hat man geschrieben, lass mich hier raus! Oh, du bist an der Stelle. Mann, funktioniert wie eine Übertragung. Irgendwas weiß ich. Hey, da ist ein Schild, da kann man... Ruhe, die Neuerwerbung wird nicht erschreckt oder aufgeregt werden. Die was? Neuerwerbungen. Neuerwerbungen. Hä? Ja, wahrscheinlich die Dinger, die hier... Umlatschen. Okay. Du was für die Kehre. Hä, da redet irgendein Mann. Geh einfach weiter. Was? Was passiert? Nicht. Du weißt irgendwas. Nein. Okay. Ich vertraue dir einmal noch. Ich sagte dir in manchen Tricks, was du mir vertraut. Boah, nimm den Augen da. Ist gerade der Schwein vor deiner Nase weitergelaufen? Boah, jetzt habe ich Polen. Ha, Gerdonka. Ist gerade noch ein Fondstraße langgelaufen. Ach, wie du gesagt hast, das Sackgesicht. Das war auf den 70 Shams. Ja, ich wollte so giffl, dass du das jetzt hießt. Boah, mein Herz schlägt gerade. Aber was? Warte, was du mir machst, hast du gesagt? Wir sind. Lass dich im Üstrag wieder geil. Was? So, ich darf nicht weiterlachen. Haha, ha, ha, ha. Wir haben die Sittert herum. Haha, ha, ha. Okay, jetzt kannst du mir aber vertrauen. Jetzt kannst du da runter. Hahahaha, ha, ha. Warte, zeig mal kurz ruhig. Warum schlägt du das? Ach, geil. Das ist eigentlich ein Lecker. Danke. Keine Ahnung. Einmal jumpst du ja voll ins Gesicht, ne? Ja, aber wirklich. Haha, ha, ha. Ey, Alter, ich hatte gerade Puls für ne Minute. Haha, ha, ha. Ich hab doch auch noch mehr Puls haben, ich hab einmal richtig, dass es mal jumpst, Alter. Von hierher. WTF. Was war's? Ich bin hierherrad. I'm out of here. Wahrscheinlich, geh wieder runter und guck nach. I'm out of here, bitches! Mach's Licht aus! Zu spät! Mach's Licht aus! Zu spät! Was soll denn doch nicht? Hör mal, lass ich mich nicht! Was für Glickspils! Du riesenglickspils, Mann! Holy shit! Das Ding war fett, Mann! Das gefällt mir gar nicht. Heiß es doch! Ich will, ey! Ich seh's nicht! Du brauchst es nicht zählen! Mach mal, lass ich seh's dann! Also, ich hab's gesehen! Alter, wie mich das Ding erschreckt hat! Ich weiß allgemein, wie das aussieht und wie das geht, ey! Das ist so geil! Ich weiß nicht mal, wo ich hingehen muss, weil es noch besser ist. WTF? Wo muss ich hin? Geh, na ja, nicht um die Ecke! Ich glaub, du musst genau da rein, wo das Schwein war! Da, wo das Schwein ist! Ich guck gerade, ich weiß nämlich selber nicht genau, wo ich jetzt bin! Ja, ja, da waren wir gerade! Ja, die müssen wir hier! Da, wo ich... Es gibt keinen anderen Weg! Sorry! Da, mit dem Schwein in den Krieg weg! Da, ist die ja! Und dann bin ich ein bisschen! Woh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! Rettest du hier hinterher? ein ja 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 viel Spaß beim Wassermonster das kommt auch noch wie kommt die hier raus? Ja, Donter? Ja, Donter? Ja, aber wie kommt es in dem Ding vorbei? Das wird erstmal mit Licht aufmachen Das Wassermonster kommt auch noch Das Wassermonster kommt auch noch Das Wassermonster kommt auch noch Ja 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 Ja, das hätte sogar ich geschafft Ja 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 Ich bin im Käfig Lord Nein, jetzt weiß ich nicht wo das Ding ist Das ist noch schöner Ich bin irgendwie hängen geblieben Was soll ich dir fehlen? Ja, du bist hängen geblieben Ja Sind wir cool? Wir sind ganz cool Wir sind Freunde Ja Oh Scheiße Was da? Ja Warum bist du nicht stehen? Bleib still, verdammt Ja, ich bleib stehen vor dem Ding, ja Man muss dir helfen, hat jemand ins Auge sehen Ja toll Das hat zwei Eier für Tiger Ja Dann siehst du Wesen, sonst weg ist Wer ist? Hin und her rennst und hilft dir wenig Lass mich in Ruhe Hä Eier für Tiger Scheiße, Falle, Falle, Stech Ich weiß nicht, ich bin voll verliert Ja, du sagst ja von den Käfigen da Wo? Da wo du grad warst, aber auf die linke Seite Hier, da rein Glaube ich zumindest Jetzt sind wir da noch nicht knapp Jajaja, Tür, 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 Tür Mach auf Oh Ich wusste es doch, ich wusste es! Also Leute, jetzt wird es sehr schön Also Leute, jetzt wird es sehr schön So, äh, Gadunka Boah, meine Hände sind da so Gadunka, ich freue mich nicht so gut, wenn du bei einem Wassermonster bist Ja Leute, ich würde sagen, wir machen mal Schluss Wir sehen uns im nächsten Teil, ich kann mal passen, bis dahin, tschau Die Wehe, du sprichst ja vorum Nein, siehst du nicht Tschüss Ja Ich finde, das Ganze wird dann sehr deutlich Bis zum nächsten Mal.